Erste Runde easy win, hä? Ganz so einfach. So, ich hatte halt zwei Herzen, aber ist egal, es wird sowas von reingeschnitten. Boah, ich spiel nur noch Badland, wenn das so geil ist, Dicke. Boah, okay, I love it. I love it. I really talk. Schaut aus wie bei Nair. Das Ding ist, Nair spielt ja auch, glaube ich, Badland, oder? Du bist so, äh, Basti GHG, Hannes ist, keine Ahnung, Papa Platz... Ey, und vor allem dann dieses, Jo, Krokophil, hör mal ein bisschen mehr auf deine Teammates. Hör mal mehr auf Flower, Dicke, der arme Flower. Hä, warum ist das grad so einfach? Bro, Blower, wir sind einfach zu cool. Ich hab ne 1er KD. Nächste Runde, oder? Ja. Auf jeden Fall mit Shader, man hat ungefähr 10 FPS. Ja, auf Gomma ist immer komisch, auf Gomma hab ich auch wenige FPS. Äh, ich hätt ne Dier-Hose, hier, hier. Boah, ich dropp den mal zu, was für ein Stuff ich hätte. Okay, mehr hab ich jetzt auch nicht. Ähm, ja, ich glaub, das ist ziemlich viel. Hast du ein gutes Schwert, oder? Ich hab ne Red. Ja, okay, okay. Bisschen Stuff noch für dich. Oh mein Gott, ich hab auch bisschen Stuff. Ähm. Ich hab ne Dier-Schwert, Sharp 2 für dich. Also, ich hab ne Dier-Schwert, auch Sharp 2. Da machen wir Sharp 2 plus Sharp 2, good Sharp. Hier. Minecraft Shop treibt. Oh, oh, Bro. Oh, Bro. Da oben chillen wir, ja. Tot. Ja, Bro, was soll ich machen? Bist du bisschen dumm? Was ist das für ne Scheiße? Äh, kurze Frage. Wie viele Runden nehmen wir eigentlich auf? Äh, so 20 Meter, okay. Bis wir verlieren. Aber das wär bei uns eigentlich schon ne Minus. Ja, dann hätten wir jetzt schon direkt Aufnahme werden können. Oh. Da hätten wir sie nicht mal mehr starten müssen. Nett. Wobei doch, wir zwei Runden hätten wir machen können. Kommst du mit? Ja, bis da. Okay. Der, der ist nicht. Der andere ist wieder ein anderer Pro, Digga. Der ist einfach Flowgamer. Einfach Zyklus. Besser. Kenn ich's zwar nicht, aber ist einfach krass. Oh, ich will irgendwie Deinen töten, weil meiner rennt nur weg. So scheiße war er nicht. Er hat halt ultra krassen Stuff. Ich hatte nicht mal ein Schild. Doch, ich hatte ein Schild. Aber ich konnte halt nicht so viel damit anfangen. Weil er hat halt die ganze Zeit gebrochen und es auch immer so weggerauft. Nein, er hat den Looten. Digga, das ist so komisch. Ja, gegen ihn ist irgendwie so gebrochen. Weil er blockt so ganz komisch irgendwie. Es geht nur weg ab. Aber das Ding ist, ich mach das irgendwie. Ich guck mir den Loot gar nicht an. Ich loote einfach und dann guck ich sortier mich aus später. Ich verstehe. Langsam looten insgesamt wenig. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Ja. Du kannst doch später nochmal aussortieren. Das geht dann schnell nach. Ja. Oh, wie gut ist er. Der X-Brag und der ist echt gut. Geht. Ich glaube. Aber er hat halt super krassen Stuff. Ich hab zwei Herzen. Bei mir nicht. Ah, doch. Wow. Von wo? Der hat den Ninja, Digga. Dichtarm. Ja, der ist da auf der anderen Seite. Jetzt rüber. Digga. Was passiert? Ja. So ist es bei mir auch abgelaufen. A few moments later. Ja. Ja, okay. Sorry. Das Ding ist. Konan hat ja geschrieben, dass er scheiße ist. Aber wie spiel ich? Hä? Also. Scheiß, aber. Ich verstehe keinen anderen echt nicht. Ich hab den Kommentar auch kein Herz geblieben. Weil das alt tut. Nein, nein. Glaube ich dir auch. Wieso? Weil hätte ich jetzt auch nicht. Ich geb auch nicht jeden Kommentar ein Herz. Ich bin nicht sicher, dass der jedes Sekunde auf seinen YouTube-Watch schaut. Dann guck ich halt. Wenn ich so sehe, niemand hat einen neuen Kommentar geschrieben. Lädt ich mir kurz durch. Und dann gehe ich auch wieder. Äh, hier. Brauchst du Wasser? Öh. Ne, ich hab Wasser. Ich brauche das ganz so gar nicht. Da. Dir hin. Dir hin. Fertig. Wow, Brustplatte bräuchte ich noch. Du bräuchtest noch Schuhe. Okay, okay. Ich brauche alles. Hast du eine Hose an? Nein. Achso. Es schaut aus, als hättest du die. Ja, ich weiß. Ich weiß. Sorry. Ich glaube, wenn man genau einkommt, sieht man. Jo, hast mir alles weggelootert. Perfekt. Oh mein Gott, Bro. Du musst drücken rein, Digga. Der Arme. Ne, der tut mir gar nicht leid. Da ist mir da alles. Ich bin trotzdem jetzt mal Stuff. Ah, da. Jack. Lava. Sehr nice. Jack. Jack. Oh mein Gott. Hey, wait. Da kommen welche. Da kommt Norris. Oh mein Gott, nein. Oh, ich hab ein Net-Rating-Kit. Wie nice. Ich bin jetzt kommen. Ich brauche Glöcke. Ich bin so gemein. Ich bin so gemein. Weide tot. Ja. GG. Boah, Digga. Get my kills. Okay, next round. Ich hab wieder aus der Runde gezogen. Ja. Scheiß. Fast schon. So geht's mir. So geht's mir. So geht's mir. Ich bin mir mit dir die ganze Zeit. Jetzt weiß ich wie sich das anfühlt. Ich hab eigentlich den schlechtesten Stuff gefühlt. Ich auch. Ich hab gar nichts. Ich hab nicht mal ne Waffe. Wo sei jetzt halt. Wie auch denn? Geht 30 Minuten. Digga. Hey. Mann. Scheiße, das ist 8-Player. Hm. Nee, ich glaube, bei der von der Karte. Aber, äh, bei dem YouTube-Show, da hab ich kurz ne Frage. Da kommt ja am Ende dieses, ähm, annehmen von irgendwas. Irgendwas. Von was? War das? War das ne Party, oder? Ja, Party, nein. Von wer? Äh, von Fleece. Achso. Haha. Okay. Habst du nen Shield? Mein Gott. Hab ich ihn nicht. Nein, ich bin tot. Was? Miege, das ist so dumm. Ich spiel keinen Scarus, wenn ich rage. Oh mein Gott. So. Wann kommt eigentlich das Crystal-Video? Was ist die Frage? Äh, das kommt nicht ein paar Monaten. Ja, ne, weil das Ding ist, aktuell Bock, Schlüssel, find ich jetzt nicht so. Du hast es ja schon aufgenommen, oder? Äh, ne. Hä? Also, so bisschen. Also, ich hab so ein paar Aufnahmen davon, ja klar, aber, ja, ich hab keine Motivation, das hochzuladen. Weil die Aufnahmen waren halt auch bisschen laggy und dann halt auch echt geil. Okay. Bye. 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 Bye.